Dirk, du trittst als Kandidat für die Landesliste der Piratenpartei zur Landtagswahl in Niedersachsen an. Was bedeutet Pirat sein für dich? Ich war schon immer ein politischer Mensch. 2003 habe ich angefangen, mich politisch zu engagieren. Damals stand die Frage von Software-Patenten und ihrer Legalisierung in der EU auf der Tagesordnung. Und ich habe mich als unmittelbar Betroffener dagegen zur Wehr gesetzt. Damals habe ich gemerkt, man kann etwas bewirken, auch wenn der Gegner zunächst übermächtig erscheint. 2009 hatten wir dann ja eine ähnliche Situation mit den Zensurs oder Websperren. Aber da war ich ja schon in der Piratenpartei. Warum ausgerechnet die Piratenpartei? Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich finde, ein Staat darf seinen Bürgern nur so wenig Vorschriften machen, wie es irgend geht. Und das finde ich nur bei der Piratenpartei wieder. Gläserner Staat statt gläserner Bürger. Damit wird eigentlich schon alles gesagt. Der Staat soll seine Bürger bitte schön in Ruhe lassen. Auch diese klassischen Piratenthemen Urheberrecht und Patentrecht haben mich immer sehr angesprochen. Ich komme ja politisch gerade aus der Ecke. Aber ich finde es auch gut, dass die Piratenpartei ihr Programm Stück für Stück erweitert. Bildungspolitik, soziale Grundsicherung, gerade diese Ideen zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Das sind für mich Impulse, die diese Gesellschaft ganz dringend braucht. Was machst du momentan bei den Piraten? Ich bin bei den Kommunalwahlen 2011 gewählt worden und damit einer von zwei Ratsherren der Piratenfraktion im Rat der Stadt Hannover. Und das ist spannend. Du bist Schnittstelle zwischen einer Partei mit ihrer Basis und einem Apparat, der mit unserer Arbeitsweise vielfach noch gar nicht richtig was anzufangen weiß. Es ist für alle Beteiligten momentan noch eine neue Erfahrung. Was können die Piraten denn auf niedersächsischer Ebene machen? Also warum soll gerade die Piratenpartei in den niedersächsischen Landtag? Ich finde es sehr wichtig, dass die Piratenpartei in den niedersächsischen Landtag einzieht. Unsere Themen sind für Niedersachsen sehr wichtig. Niedersachsen ist landwirtschaftlich geprägt. Da treffen aktuelle Probleme wie Biopatente oder wie die Überindustrialisierung der Landwirtschaft viele Menschen und die Wirtschaft ganz unmittelbar. Wir brauchen da eine politische Kraft, die sich nicht nur vehement gegen so etwas ausspricht, sondern die da auch kompetent ist. Und wir brauchen dringend, dringend eine Kurskorrektur bei Themen wie der Bildungspolitik oder der inneren Sicherheit. Dazu kommt aber auch noch, dass die Strukturen in Niedersachsen mittlerweile so eingefahren und verfilzt sind, dass wir unbedingt frischen Wind in der niedersächsischen Politik brauchen. Und den bringt die Piratenpartei. Warum willst du in den Landtag? Ich bin schon lange in dieser Partei und ich kenne sie und ihre Befindlichkeiten ziemlich gut. Ich bin in der Piratenpartei, weil ich die Partei, ihre Ideen und ihren ganzen Politikstil nach außen vertreten will. Ich will, dass sich die Gesellschaft verändert, dass unsere Ideale von Freiheit und Selbstbestimmung des Einzelnen zum Hauptanliegen der Politik werden. Und das geht halt am besten, wenn wir als Partei dorthin kommen, wo die Politik gemacht wird. In Niedersachsen ist das halt der Landtag. Okay, und warum ausgerechnet du? Das wichtigste Mittel der Politik sind Worte. Man muss reden können. Ich habe schon viele Reden und öffentliche Auftritte gehabt und ich bin mit Leib und Seele Pirat. Keine andere Partei in Deutschland fasst meine eigenen politischen Ideale so gut zusammen wie die Piratenpartei. Ich möchte mich gerne in den Dienst dieser Partei und ihrer Basis stellen und deswegen in den Landtag. Was möchtest du deinen Wählern noch sagen? Es ist kein leichtes Vorhaben, als neue Kraft in einen Landtag einzuziehen. Wir haben noch einen großen Teil dieses Weges vor uns. Unsere Aufstellungsversammlung in Nienburg ist ein kleiner Schritt dorthin. Aber sie ist ein wichtiger Schritt. Ich würde mir wünschen, dass so viele Piraten aus Niedersachsen wie möglich den Weg dorthin finden und über unsere Landesliste abstimmen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich dort auf einen der vorderen Listenplätze gewählt werde. Dann viel Erfolg dabei und danke fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal.